In Jesu Gnade wird allein die Trost für uns und die Vergebung sein, weil durch des Satans Trug und Mist der Menschen ganzes Leben vor Gott ein Sündengräuel ist. Was könnte nun die Geistesfreulichkeit bei unserem Beten gehen? Wo Jesu Geist und Wort nicht neue Wunder tut. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!